Eingefahren? Ja, schreck dich nicht. Ja, ich weiß es nicht, wie oft das du hängst. Ist gut, haben wir. Passt. Warte, 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 warte. Du brauchst nichts. Sohle, du sprichst selber. Gehst vierig, kriegst du die Kanter und hast die Vollgas aus, die Kopfhörer. Ist gut. Passt. Auf geht's. Was glaub ich dir? Zechen, lass drüberschauen. Zechen drüber. Jawohl, ich schnapp noch mit dir auf durch. Es geht los mit fünf, vier, drei, zwei, eins. Bunchy. Wo ist der Bunchy? Wo ist der Bunchy? Zwarazam. Ja. Ja. Ja, okay. Nichts. Nichts. Passt. Passt. Ja, danke. Du bist gut. Du bist gut, oder? Du bist gut. Du bist gut. Ja. Du bist gut. Soll dich nicht nur werbeißig. Geht mir ab. Du bist gut. Da sind wir vielleicht schon mal ausgeht, oder? Du schlagst einen Rupi vor, ich brauche einen fünften Mann, und das ist so easy. Und wenn er sagt, nein, auf keinen Fall, dann schaffe ich zwei Rupi. Das ist einfach nicht mehr. Aber ich hätte da genau eine Richtung dafür. Du hast ihn mit Alex versprochen. Entschuldigung, jetzt können wir das. Ihr werdet schon bald ankommen. Ja? Ja, alles gut. Geil, du auch. Der Geiler hier, der Beste hier. Ja, schon ab 18. Wie gut noch? Nein, nein, nicht gut. Nein, 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 nein. Das ist keine Option. Innerhalb von drei Sekunden musst du springen, weil sonst haut dich die Vanessa runter. Nein, nein. Das ist schon ein Ansatz nach 60, oder? Ja, ja. Ja, ja. Und dann kommt Klaus. NDR bis zum Abend. 75 Sprenger, oder? Ja, schon. Ist das schon lang jetzt hin? Ja, rein. Stimmt. Ja, das ist schon mal. Ja, das ist schon mal. Ehrlichens kommen ein paar jetzt in Uniform. Das kann ich mir. Genau, glaube ich. Ja. Ja. Ja, das ist schön. Das ist schön. Das war so einfach, ich klasche die Vorstellung immer noch. Also wenn man so viel war, hat sich noch erwischt, hat die Schlafmaschkotten durch die Mache zu plassen, dass sie zu plassen schaut. Das war cool. Also nicht, wie sie eine Mütze im Kilo machen kann. Ja. Die haben sich nicht gesagt, ob sie alles auf dem Studio hat. Ja. 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 Ich habe einen Abstand von Rückzieher mit der Schotkanne. Weisst du, der Schotkanne? Klaus? Hä? Nein, das ist ein Mädel. Das ist ein Mädel. Komm nicht. Er ist schon wieder von einem Schotkanne, glaube ich. Ich habe ein bisschen Angst mit den Keksen. So, noch Füßbereiter, oder? Nein. Glaube ich. Sehr gut. Sehr gut. Wie lange geht es ja nichts, oder? Das ist das erste Bestmode. Rundfestabler. 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 Wir besuchen jetzt dort mal ein. Noch mal. Das passt, oder? Sicher. Ja, das passt einfach. Du bist so weit, ja. Der Gerät ist weg, oder? Vielen Dank.